bin ich schon drin im video vielleicht in der show auf keinen fall noch überhaupt gar nicht das ist der schlüssel zum erfolg und wer den gewinnen will der muss bei uns mitmachen bei gründerkönig der neuen show für start-ups und junge unternehmen mein name ist wolfgang kierdorf ich bin seit 22 jahren unternehmer coaches start-ups und habe die unternehmensberatung the black swan gegründet worum geht es bei gründerkönig ganz einfach zehn start-ups treten gegeneinander an um den schlüssel zum erfolg zu gewinnen das schafft nur einer das schafft nur der gründerkönig wenn du dabei sein willst sind das die nächsten termine 6 6 2013 kannst du dein bewerbungsvideo von zoom.me hier im startplatz in köln drehen lassen am 12 6 2013 machen wir ein live casting auch hier im startplatz in köln bewerbungsschluss wenn du ein video selbst einsenden möchtest ist der 23 6 2013 und der dreh der ersten staffel beginnt im juli 2013 du denkst du hast das zeug zum könig dann hol dir das ding